hallo mein lieben ich habe hier ein laden zu verkaufen wo ist der laden wo befindet sich der laden der laden befindet sich bei der grundbuchbehörde und als letztes war eine boutique drin und das ist eigentlich eine gute lage wo viele menschen leben wo viele menschen zum laden runter schauen und es ist unter einem über 20 jahre alten gebäude das was ihr da sieht das ist kein fundament problem das ist kein grundwasser problem das kann ich euch vor ort auch zeigen denn wenn es ein fundament problem wäre wo das wasser hoch zieht dann wäre es mindestens 50 zentimeter hoch durch die kapillare der betonträger der betonwände würde es so weit hoch ziehen und es würden sich salzkristalle bilden aber weiter zum zum laden der laden hat ca 100 quadratmeter brutto und kann auch als büro genutzt werden oder als friseur oder als möbel laden oder als was auch immer das ist euch überlassen wie es gesetzlich ist müssen wir hier mit dem steuerberater klären was auch ausländische bürger machen können oder auch nicht das müssen wir hier dann vor ort klären oder erklärt es direkt beim türkischen konsulat in deutschland und dort bekommt es dann schwarz auf weiß übrigens ist das auch für ausländische mitbürger in deutschland genauso ich hatte zum beispiel einen stempel in meinem ausweis von der ausländerbehörde in deutschland wo drinnen stand gewerbliche tätigkeiten nicht erlaubt wenn man aber dann das erlauben lassen wollte muss man halt einen antrag stellen und dann konnte man das auch machen nur mal so nebenbei es gibt doch vieles zu erzählen aber es geht ja hier eher um auswanderer die in in der türkei leben wollen was sie machen können was nicht ja was sie zum beispiel nicht machen können ist neben türkischen militär gelände irgendwas kaufen das geht nicht und hier sieht schon es ist ein kleines klo dabei und eine kleine kochnische hier das ganze noch mal von der straße aus gesehen und man kann das natürlich auch komplett alles verändern und machen wie man möchte denn das gehört ja dann einem selber man kann auch auf zwei leden unterteilen und es gibt viele 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 möglichkeiten also wer lust hat auf einen eigenen laden der meldet sich für knapp 39.000 euro kann man vor ort natürlich runter handeln könnte es haben und das könnt ihr euer eigenen manche kaufen auch läden und haben dann einen personalraum mit bett und dort übernachten dann auch manche selber also man kann auch drin schlafen dass hier könnte man das auch so einrichten das war früher gang und gäbe in der türkei übrigens haben wir hier überall geschäfte das wundert immer meine auswanderer überall gibt es geschäfte und in germany gibt es ja nicht mehr weil das lohnt sich ja nicht mehr ok leute vor ort wie gesagt kann ich euch zeigen dass dies kein grund wasser mauerwerksproblem ist sondern betonträger problem ist sondern ein normales wasser problem dass halt wenn ihr da die fließen sieht dann sieht ja dann kann sich wasser bilden wasser sammeln und dort dann etwas hochlaufen das werde ich euch vor ort bestätigen und auch schriftlich geben ok mein lieben so viel mal von mir also wer lust hat auf einen laden meldet sich diesen gartenbereich für die natürlich selber auch nutzen man kann auch ein kleines café machen man kann vieles machen nur man muss halt die gesetze einhalten ein restaurant mit grill da müsste man wahrscheinlich ein kabin kamin dann hoch bis rauf aufs gebäude bauen und auch die unterschriften vom haus von den nachbarn sammeln das geht alles ein kleines café wäre natürlich auch nicht schlecht oder eine kleine galerie oder was auch immer ok so viel von mir wer interesse hat meldet sich kaufen ist immer geil leute warum denn ja ihr müsst dann einfach keine miete mehr zahlen punkt aus ja das ist eine kapitalanlage ohne ende das ist das wichtige also kaufen ist das sage ich schon immer ist super ok ja hätten einige vor zwei jahren schon zugelangt bei einigen objekten da hätten sie jetzt gewinn gemacht ohne ende ok bis zum nächsten video mein lieben 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 Vielen Dank.